Äh, du musst A? Äh, ja, was ist denn? Ich habe einen grünen, lila, einen roten und einen gelben. Okay, rot, 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 rot. Rot, 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 rot. Rot, rot, rot. Rotmeister. Oh, fuck, nein, da brauche ich C, da brauche ich grün. Grün, komm sofort. Okay, so funktioniert das. Nochmal. Äh, jetzt brauche ich lila. Äh, lila, lila, lila. Äh, jetzt brauche ich rot, nein, jetzt brauche ich erst mal gelb. Gelb ist da drüben. Ja. Gelb ist da drüben. Du hast mich einmal zu viel. Äh, jetzt brauche ich rot. Stay tier. Du bist tot. Äh, cool. Spott das Ding wieder hier oder musst du alles hier ab? Ja, spot hier. Okay, dann nehmen wir einfach mal, oh nein. Cool. Ich weiß nicht, wie das gerade passiert ist. Ich habe mich nämlich nicht ein Millimeter bewegt. Okay, rot. Schauen wir mal die andere. Oh. Oh, die Kamera bewegt sich mit. Oh, verstehe. Daran lag's. Nochmal rot, oder? Ja. Äh, rosa, lila, was auch immer. Violett. Rot. Äh, in welcher Welt ist das rosa? Äh. Rot. In meiner. Rot. Äh, ich sehe nichts, aber grün. Okay. Grün habe ich hier drüben. Okay. Gut. Ich brauche jetzt rot und dann violett. Rot und violett krieche. Ja, genau. Ich darf mich halt halb Millimeter bewegen. Und violett. Ja, genau. Alles klar? Nochmal? 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 Grün? Kurz fort. Ah, da steht sogar CD. Äh, jetzt sehe ich das erst. Ja, nochmal grün. Nochmal grün, grün, grün. Grün, grün, grün. Also A. Nein, grün. Grün ist C. Einfach auf die Farben konzentrieren. Wir haben uns auf Farben geeinigt. Äh, B. Also gelb. Gelb, 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 gelb. Ja. Grün. Ich kann dir auch was vorsingen mir redessen. Kannst du, das ist so blödig. Äh, nochmal? Nochmal grün. Ja. Violett. Alles klar, reicht. Bis da. Sehr schön. Ich bin da, jetzt muss ich gucken, was... Ich kann mich rüber. Alles klar, reicht. Ich muss hier wahrscheinlich irgendwas kaputt machen für dich. Nein, hier komme ich nicht rüber. Äh, okay. Kannst du das Kabel kaputt machen? Ah, ja, Kabel kann ich kaputt machen. Ich dachte ja, das andere Kabel immer okay. Äh. Und jetzt jump and run. Danke, Kapitän. Okay, hoch. Ich komme nicht mehr hoch. Ich weiß nicht ganz, wo wir hin müssen, aber... Ach, nein. Ach, nein. Warte, ich komme. Hier. Hier hoch. Ich wollte dann machen wir hier hoch. Ah, nein! Ah. Äh, da war ich gerade oben. Okay. Ich gründe, ich komme gleich. Ja, das ist original der Punkt, wo ich gerade war. Ja, da bin ich runter. Ah, okay. Komm ich auch nicht mal hoch, oder was? Du kannst bestimmt, aber es bringt dir nichts, weil ich da schon war. Okay, und wo geht es hier lang? Das ist der Weg, den ich hoch bin. Ah, okay. Du bist also hier hoch? Ja, genau. So lang. Du willst das hier echt in die Länge ziehen, oder? Ja, warum nicht? Und jetzt, das kann man durchschnitten. Ja. Aha. Also hier, hier standest du und das kann man durchschnitten. Okay. Soll ich mir noch eben was, soll ich mir noch eben was zu essen machen? Ne, ich bin schon unterwegs. Ja. Ja, ich gehe im Menü für die nächsten paar Stunden. Gut schon. Und rechts, ich komme. Alles klar. Ja. Ja. So, fangen wir an. Okay, jetzt ist... Das könnte ein cooler Song werden. Gitarra. Ähm. Ah, ich muss singen. Oder schreien. Ich habe jetzt zumindest ein Schrei-Symbol. Oder ein Sing-Symbol. Dann. Ah, hier. Ich kann das hoch-Dings machen. Ah, cool. Oder kann ich hier... Ach, ich kann hier, oder? Mach doch mal. Kann ich dazwischen? Ist die Frage. Oder... Ich kann jetzt die Schraube lösen. Und es wegfliegt. Äh... Ich kann es versuchen, aber ich glaube nicht. Guck mal, du dazwischen kannst. Ich glaube, dass dir irgendwie hilft, hochzukommen oder so. Du wüsste es eigentlich. Aber ich weiß nicht, was wir tun müssen. Vielleicht kann ich... Ne, kann ich nicht. Ich muss singen. Ich gehe mal näher ran. Vielleicht kommen wir da auch mal mit hoch. Ja, du musst es einfach nur mit hoch. So. Ich muss näher ran. Da, anders. Hier ist wieder so ein Ding zum Hoch. Hier. Synthesizer. Deine Knöpfe kannst du nicht drehen, oder? Nein. Was haben wir hier? Demo-Kassetten. Kannst du abspielen? Kannst du von dort drücken? Können wir beide rein? Also, beide resten? Ja, können wir. Du musst drücken. Nice. Wir sind auf den Kabel. Wir sind auf den Kabel. Oha. Dieses ganze Zeug brächt zusammen. Rutschlevel. Ja. Seit Bario 64 Klassiker. Die Musik in dem Level ist echt stark. Es ist ja auch ein Musiklevel. Du hast mich nicht? Gib mir eine Sekunde. Ich habe es! Sind Sie sicher? Fass mich! Ich weiß wie es zu knopfen. Das ist gut, trust me, dann komm mal rüber da, jetzt weiter bevor ich elektrisiert werde hier. Und ich bin tot. Das war wirklich, wirklich schlechte Arbeit. Ah, verdammt. Kannst nicht eine Sekunde warten. Wie? Einfach zu weit gesprungen. So, hier, nach rüber. Ich glaube, ich habe noch nie erlebt, dass jemand wirklich zu weit springt. Doch, doch. So hoch mit mir. So, hier rüber. Ja, ich würde dich eher hier drüber springen. So hoch zum Roten, das Rote runter. Ja. Und darüber. Hier. Oh, ähm. Du musst die roten und blauen Balken verschieben. So hier, dass ich hier rüber kann. Stereo Balken. Das war zu niedrig. Ja, das war schlecht. Ja. Darf in den grauen Wellen natürlich nicht erwischt werden. Nein. Warum sprichst du denn, glaube ich, nicht groben Pellen? Mach mal blauen bisschen runter. Moment, kann ich die? Nein, kann ich nicht. So. Geh nur eins weiter. Verdammt. Sauer. Ich wollte eins weiter gehen. Die Störung ist hier ein bisschen. Mach blauen runter. Du kannst antippen. Okay, das war meine Schuld. Ja. Mach weiter. Mach weiter. Mach weiter. Hoch, 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 hoch. Na rot. Wieso kannst du nicht mal kurz Zeit lassen für sowas? Kurz Zeit lassen, sacht er. So hoch damit. Hoch damit. Ja, vor allem ist das super desynchronisiert. Du importest dich bei mir permanent. So, auf den zweiten bin ich. So, ja. Du glitsch halt bei mir voll in die Balken immer wieder. Jetzt bin ich unten. Das war meine Schuld, ja. Das gebe ich zu. Ja, wie die letzten waren auch. Jetzt kommt, mach mal runter hier. Okay. Das war zu hoch. Jetzt hoch damit. Hoch, hoch, hoch. Und rot nach unten. Rot nach unten. Rot nach unten. Sonst kann ich da nicht hoch. Geh doch einfach auf blau rüber. Geh ganz rüber. Ja, hier. Ja, ja, okay. Das mach rot runter. Rot runter. So. Und jetzt kommt es an die Stützen an. Das rot rüber. Nein. Hoch, hoch, hoch. Verdammt. Jetzt bin ich wieder hier. Das ist doch wie eine Wettersteuer. Dann mach das doch so. Ich laufe da über die Wetter rüber. Ja. Können wir versuchen. Ich seh dich halt nur super und genau. Siehst du mich auf meinem Bildschirm nicht? Ich seh dich auf deinem Bildschirm. Ah, du glitschst bei mir permanent überall rum. Da hast du dich jetzt gerade dreimal durch die Dinger geportet. Keine Ahnung, was bei dir ist. Ich laufe noch mal da rüber. Ich porte mich da nirgends rein. Gerade eben war mein Schild 50 Meter hoch und im Garten hattest du einen unsichtbaren Frosch. Ich glaube, das liegt nicht an mir. What? Irgendwie hast du einen Dachtel in uns fehlt oder so. Haben wir beide. Das Spiel ist hier, hat hier scheinbar seine Macken. So, jetzt hier hoch. Du bist ein Netcode bekanntlich auch nicht der Beste. So hoch damit. Ja, ich versuch's. Hoch mit dem blauen. Ja. So, ich bin auf dem roten. Alles klar. Ja. Nicht zu hoch, weil sonst kommst du dann auf die hier. Ähm. Sie. Ich kann jetzt gerade das Rote nicht mehr steuern. Das ist schlecht. Ah, okay. Jetzt geht's wieder. Noch ein bisschen auf der rechten Seite komme ich darüber. Nein, nein, nein. Jetzt hier. Sehr gut. Geschafft. Alter. Boah, das war nervig. Ich hab dich halt 90% der Zeit nicht genau gesehen. Ich hab keine Ahnung, was du gemacht hast. Schlechte, wenn man sowas, wenn sowas durch die Darstellung scheiß läuft. Ja. Ja. Definitiv. Nein! So, da hoch. Sehr schön. Ja. Das war anstrengend. Das war sehr anstrengend. Hier stechert das Spiel langsam so ein bisschen. Es ist mir glücklich, dass es bald vorbei ist. Es war nicht so glücklich. Es ist trotzdem super spaßig. Ich glaube so. Ja, ich glaube ich kann singen, oder? Nein. Nein. Oh, Rotlichtmüll. Du musst singen. Oder schreien. Singen! 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 Ich singe. Es sind Schlangen, natürlich musst du singen. Und hier jetzt hoch. Und hier jetzt hoch. Und war ein Sprung. Okay. Mikrofonschlange. Singen! Ich singe. Du singst. Ich töte. Du singst. Ich töte. Tja. Passt ja. Seien wir an der Stelle hier mal realistisch. Komm. Komm. Einer von uns muss das tun. Hier sind gar keiner. Auf der Seite. Doch, da sind gar keine. Da unten ist nur Spaß. Da ist aber nur nichts. Da ist einfach nur nichts. Und hier runter springen. Ja gut. Gut. Aber es war halt nötig. Einer von uns muss das mindestens machen. Abgesehen davon, dass das Schaumstoffspitzen sind. Ja. Ja. So, du. Äh. Singen! 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 Oh nein! Ich singe. Zu spät. Es reicht für mich. Ich singe. Ich singe. Ich singe. Ich habe eine sehr lange Todesanimation gerade. Okay, Moment. So. Jetzt musst du singen. Äh. Und gerade jetzt wird mein Energiealler. Ja, cool. Wir müssen aufs selbe. Wir müssen aufs selbe. Na dann komm. Ich bring dich erstmal rüber. So. So. Jetzt rüber mit uns. Ja, noch einmal. Ich sing schon. Sing. Oh Gott. Okay, weiter geht's. Ich glaube, wir müssen hier lang. Das kannst du schreien. Ich habe, dass wir nicht zurückgehen. Ich habe das nicht verrutscht. Schaumstoff-Spitzen. Ich habe es nicht, wenn man rutscht. Kann man hier... ...Springen-Attacke machen? Das sieht engelte aus. Nein. Äh, du kannst hier... ...auf das Ding. Genauso wie ich. okay und jetzt singen nein ich bin gefallen ich bin nicht hoch kann ich ewig singen ja halt dann spart die energie jetzt gerade kurz so bereit ich singe ich singe jetzt kann jetzt kommt ja wieder springen ich war ja super seltsam hattest du es die ganze zeit nee oh scheiße oh nein lange Todesanimation ich bin durch ich bin gefressen ich habe nur bestimmte in den bestimmte menge an ja ich will mich aber nicht komplett aufzubauen warum stirbst du nicht ich werde ich wurde in einer sehr langen animation gefressen weil ich schon durch war jetzt können wir rüber ne ich wurde gefressen ok ist egal das passt ja eh langsam wird es nervig boah das level ist das level ist nicht gut wobei es ist gut aber es ist nicht optimiert in der ich werde singen müssen scheinbar scheinbar das ist super nervig dann musst du mit mir gemeinsam rüber warte gemeinsam ich warte an den aktiven 3 2 1 ja hat wohl gereicht so sind wir drüben und hier rüber macht kaputt macht kaputt hinter dir so sehr schön habe ich das ist anstrengend so haben wir es noch mehr schlangen juhu rennen das ist einfach ein rennlevel ein rennloskampf und ein springlevel ein renn und springen ist das modi ja jump und runn mal um dein Leben ein renn und springen wie ich immer sage F F F F to pay respect ne to wait on the stake ja es ist ein mikrofon das ist lange okay ich bin oben ich bin irgendwo ich weiß nicht mal was ich tue ich bin nicht auf dem fucking Bild okay du bist tot irgendwie bin ich scheinbar gestorben da bist du wieder was ist das keine Ahnung das ist ein renn und springen jetzt bin ich nicht auf dem Bild du bist ja auch gestorben ich bin nicht auf dem falschen Weg gegangen wir sind jetzt näher die nein 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 ich versuche das das wäre das die 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 Ich denke, wir sollten uns offen lassen, oder? Ja. Wir sind tot. Haben wir es jetzt erst auf nicht geschafft? Ich glaube nicht. What the fuck? Wir müssen nochmal. What the fuck? Ich bin tot. Ich habe das so schnell gespandt wie sonst auch. Hm. Ach, hier nochmal. Und nochmal die Animation. Bei dir war absolut nichts machen können. Außer springen. An der Schule. Im Händelpunkt Animation. So, und jetzt drück. Drück um dein Leben. Ich drück jetzt schon um mein Leben. Komm in die Tür! Halt auf, halt auf, halt auf, halt auf, halt auf. Okay. Ich wollte gerade sagen, wenn das jetzt nicht geklappt hat, dann weiß ich auch nicht. Okay, es war also eine Little Nightmare-Situation. Great work with that microphone. Microphone? What the fuck? How the humongous snake that almost killed us. Well, you're still breathing and you earn... Woohoo! The microphone! Congratulations! We have the microphone... ...bekommen? Oder was hat er gesagt? We have them earned. Aha. Oh, hey. I played with these a bit when I was younger. Yeah? Show me your skills then. Well, you try to. It's fun to make me look together. Soundpads. Alright. Let's make a hit yo. Was passiert? Kenne ich mich mit solchen Dingern nicht aus. Ich auch nicht, ich drück einfach rein in den Tasten und es klingt gut. Was? Du hast glaub ich irgendwas richtig gemacht. Was müssen wir hier tun? Ich weiß es nicht. Vielleicht alle Tasten einfärben. Alle Tasten drücken. Also irgendwas passiert hier. Oh Moment, wir können glaub ich hier Play drücken. Warte mal. Das wird gleich laut. Moment. Oh. Okay, es hat gereicht. Scheinbar. Ich hab die ganze Tastaturgelb gemacht. Jaja, du hörst aber schon, dass im Hintergrund das, was wir gerade gemacht haben, gespielt wird, oder? Äh, nicht wirklich. Ja, Moment. Warte mal, ich mach hier mal eben was. Man hört's definitiv. Mach das irgendwas und tut das irgendwie. Ja, wir können Musik machen damit. Sonst die Türen sind offen. Wenn's nur darum geht. Wir müssen noch Lieder machen hier. Ach so mussten wir das machen mit Lieder dann. Drücken noch ein bisschen auf Lieder rum. Äh ne, die Türen sind offen. Das ist schon alles erledigt. Ach, das haben wir gemacht, um die Türen aufzukriegen. Ja, genau. Und den Saft dort durchzufüllen. Das war die Aufgabe. Das hab ich nicht geschnallt. Ja. Ja, okay. Na dann weiter. Ist okay. Du willst keine Musik machen? Alles klar. Hier läuft doch schon Musik. Ja, die die wir gerade gemacht haben. Na. Techno-Musik. Ja, dein Schild steckt irgendwie am Boden fest. Es ist keine 50 Meter mehr groß. Also alles gut. Okay, ich hab mal Hebel. Und dann da. Du machst also keine Techno-Musik. Nicht wirklich. Also, ich find die gut. Kann man sich immer geben. Ich mag hier instrumentale Musik. Was denn meinst du? Klassik oder was? Nee, nur in Sains 4. Sains 4 war Klassik Gold wert. Ich glaube, es ist meine Zeit, zu schreien. Okay. Meine Zeit, zu schreien. Okay. Okay, ich hab den Scheinwerfer. Ja, ey! Nein! Du musst auf mir bleiben. Weil ich in dir. Langsam bewegen. So wie bei dem Gras vorhin. Okay. Rüber hier. Rüber. Hey, hey, hey! Licht auf mich! Hier. Hier. Hey! Wie soll ich alle zusammenarbeiten? Ja, ich bin doch. So, wo muss ich jetzt sehen? Darüber muss ich gehen. Ich hab keine Ahnung. Hier vielleicht. Ja, hier. Hier. Oh ja, okay. Cool, jetzt. Okay. Komm, komm. Oh, es ist schon. Erledigt. Ach so, hier. Weiter. Na komm. Ja, ich versuch's. Siehst du, was ich lebe? Komm, komm, komm. Wow, hey! Two lights? Ach so, okay. Ach so, komm, der Maus sitzt den anderen. Ach du Scheiße. Ich versuch's hier! Den kann ich mega langsam machen. Okay, mit dem einen mega schnell und mit dem anderen mega langsam. Oh ja, toll. Ähm. Oh, was? Das war meine Schuld. Ähm, der hier. Äh, ich glaub, du musst mit dem einen Scheinwerfer auf den Knopf. Ah, das hat den roten. Rot und grün nach weiß. 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 Die Störung ist ja scheiße. Ach so. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Hm. So, hier geht's jetzt lang. So. Alles klar. Ja? Jetzt muss ich mit dem anderen Licht hier wieder herkommen, oder? Wer kann ich? Kannst du. Ist das, ist die... Das ist jetzt Timing. Weg, 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 weg. Ich bin durch. Scheinwerfer. Scheinwerfer. Ich hab zwei. Next. So. Rot auf mir, grün auf... Ne, rot kann, rot kann ich freisteuern. Grün kann nur nach vorne und nach hinten. Deswegen muss mit Ruhs um die Freude. Ach, grün kann nur nach vorne und hinten, was? Ne, nach links kannst auch. Und nach rechts, grün kann nicht nach... Rot kann nicht nach links und grün kann nicht nach rechts. Äh, ja, rot kann nach rechts und grün kann nach links. Verstehst du? Mach einfach mal... Mach einfach mal beide Knöpfe. Ich hab einiges an Leben. Mach einfach beide ganz kurz. Hier und... Ja. Grün wieder zurück. Grün wieder zurück. Grün wieder zurück auf mich. So. Ja. Reicht. Next. So. Okay. Boah, der Rotstrahl ist echt, echt, echt. Ja. Du hast deine Kamera ja auch super langsam eingestellt. Ist echt brutal mit der Maus. Wie gesagt, optisch sehr geiles Level. Spielerisch. Mehr so meh. Ja. Aber auch gerade so. Aber auch gerade so. Ja. 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 Ja.